Melanie Müller im Eheglück. Die ehemalige Dschungelkönigin hatte ihren Manager Christian Blümer überraschend Ende November geheiratet. Nach fünf Jahren On-Off-Beziehung wollen die beiden nun für immer zusammen sein. Melanie Müller genießt ihr Eheleben in vollen Zügen. Naja, also die Ehe fühlt sich jetzt nicht anders an, außer dass man jetzt sagt, mein Mann. Aber ansonsten hat sich großartig nichts bei uns verändert. Also es ist alles positiv geblieben zum Glück. Jetzt kommt natürlich erst noch das nächste siebte Jahr. Mal gucken, wie wir das überstehen. Trotz 23 Jahren Altersunterschied passen die beiden prima zusammen. Bleibt nur noch die Frage, wann sich zum Liebesglück wohl Kinder gesellen? Wir haben auf jeden Fall vor, Kinder zu bekommen. Ja, aber wir machen uns da jetzt keinen Stress. Ich habe noch so viel zu tun und bin noch so viel auf der Bühne unterwegs. Da muss ich noch ein bisschen warten jetzt erstmal. Mit 26 Jahren hat Melanie ja auch noch ein bisschen Zeit. Warten wir also mal gespannt ab.